Die Lichtverhältnisse sind auf jeden Fall besser so. Ich habe das nachgeguckt und ihr habt jetzt in der letzten Folge genau etwa das gesehen, was ich gesehen habe. Also es war wirklich dunkel. Die Frage ist halt jetzt, wie wird es dann sein in hellen Stellen? Ja. Ich hoffe mal, da wird es dann nicht zu krass, also wenn wir an die Oberfläche kommen. Sonst muss ich es dann halt wieder umstellen. Aber für hier unten ist das auf jeden Fall eine gute Einstellung. Huch! Der arme Roboter. Ich meine, es sind auch nur Lebewesen, kann man das so sagen? Künstlich hergestellte Lebewesen. Oh, ich höre ein Dröhnen. Das klingt nicht gut. Ah, hier sind wieder diese Kapseln hier oder diese Särge. Liebergebiet, also. Wir sollten vorsichtig sein. Hä, hepp! Pass auf, was du tust, Dillin. Ich sehe so nichts. Wo geht das hier hin? Hätten wir doch nur eine Lampe dabei. Was war das? Hier ist doch so eine süße Ratte. Hallo, Rädchen. Die bewegt sich auch nicht weg. Können wir einfach drüber laufen. Ach, guck mal. Die leben definitiv nicht mehr. Okay, das Gesicht sieht crazy aus. Ach, hier geht es wahrscheinlich weiter. Dann gucke ich mich noch da drüben um. Wo geht es denn hier hin? Ah, guck mal. So. Sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Ich sehe jedenfalls nichts. Der steckt noch in so einem Anzug fest. Aber das hier sieht, ups, da, Entschuldigung. Das hier sieht, ähm, das sieht echt creepy aus, oder? Das ist schon ein bisschen unheimlich so. Ich will das Tor gar nicht benutzen, aber ich muss. Los geht's. Ah, das war ja klar. Hallo, Freunde. Wie geht's? Was? Nein. Nicht so einer. Ja. Volltreffer. Kommt her, Leute. Jetzt gibt's Kloppe. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Ich wollte gegen so einen kämpfen. Ich habe immer den falschen Knopf gedrückt, um die runterzuholen. Das war das Problem. So. Und BAM. Weg mit dir. Ja. Ah, ich liebe die Musik. Die ist einfach geil. Die ist so geil. Ich frage mich echt, wo wir hier gelandet sind. Ich meine, das sind die tiefsten Slums der Slums. Wahnsinn unserer Generation. Hier lebten einst Familien. Ach du Scheiße. Die Regierung vertrieb sie gewaltsam, um den Zarmischeldamm zu bauen und die Bastille zu sichern. Okay. Krasse Sache. Also das hier lag... Das ist hier sozusagen der Stausee oder wie? Weil das sieht so aus, als wäre das alles unter Wasser gewesen. Weil es halt so... Ja, das... Moosartig irgendwie ist hier unten. Ne, es sieht aus wie Algen oder so, die sie hier überall festgesetzt haben. Vor sieben Jahren. Hörst du das? Das hast du gehört, oder? Ruhig, Mann. Du bist wie eine Katze auf der heißen Herdplatte. Das ist unsere letzte Runde. Dann wird dieser Slum ausgespült. Okay? Klar. Der steht genau hier und der Polizist guckt ihn genau an, aber sieht ihn nicht. Okay, Johnny. Zeig, wie du es gemacht hast. Danke, Johnny. Sehr nepp von dir. Das hätte uns gleich in die Luft gesprengt. Ja, wir werden es schon schaffen. Gut gemacht. Dachte schon, du springst nicht. Äh, ich muss nochmal runter. Ich... ...hab mir irgendwie das Bild gar nicht gemerkt. Rot. So ein komisches Dach. Da vorne, wo wir das liegen. Also es ist nicht hier unten, oder? Ne. Entschuldigung, muss ich einfach nochmal nachgucken. Vielleicht finden wir es, ja. Vielleicht auch nicht. Hier leben mal Leute? Geächtete und elende Seelen. Da war es besser, weit weg zu sein von der neuen Bastille. Wenn sie den Eingang zur Bastille... Ja, ich bin dabei. Sieht schon krass aus hier, oder? Das ist schon übel. Wenn man so sieht, hier da vorne, oder da hinten besser gesagt, die krasse Technologie einfach. Und hier unten dann dieser ganze Verfall. Das ist schon richtig übel einfach. Wenn man da denkt, einfach eine Stadt... Der eine Teil sieht toll aus, und der andere ist einfach nur miserabel. Aber sowas gibt's ja. Sowas gibt's ja. Aber das ist echt nicht schön. Also, Nillian kann auf jeden Fall gut klettern. Das muss man hier lassen. Wow. Nein, 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 nein. Nein, ich hab's gewusst. Ah. Alles klar mit dir. Puh. Gefahr. Na super. Sehr gut, Nillian. Noch 97 Mal fallen, dann hast du's. Hm, was ist das hier irgendwo? Mit... ...dem Pack, das wir noch finden müssen? Ich glaub nicht. Wahrscheinlich sind die schon vorbei. Ich weiss es nicht. Mal sehen, wie der Typ aussieht. Okay, das ist gefährlich hier. Ich hab's aber geschafft. Weiter geht's. Alter. Nicht so schnell. Wartet nochmal. Okay. Nein. Boah. Jetzt bin ich erschrocken. Nein. Alter, was mach ich denn jetzt? Das ist viel zu krass. Das geht viel zu schnell. Boah. Krass. Ich muss da mega schnell sein. Nein. Boah, das ist ja richtig mies. Boah. Alter Schwede, seid ihr fies. Nein, nicht da. Hier. Hä? Wie? Du sollst doch da synchronisieren. Warum hast du's nicht getan, Nillian? Jetzt aber, komm. Mann, ich bin zu langsam. Jetzt aber, komm. Ja, geht doch. Was bringt das? Ah, Minen deaktivieren. Ja, bitte. Na, schon besser. Puh, das war echt nicht nett. Und hier gibt's doch bestimmt nen Kampf, oder? Na, was für eine Überraschung. Wir können nicht zufällig über alles reden, oder? Ich glaube nicht. Och, fuck. Nur der Spammer kann gegen die Roboterfeinde etwas anrichten. Na, toll. Wow. Wow. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wow. Krasse Scheisse. Krasse Scheisse. Boah, der hat mich voll erwischt. Schwachpunkt, aber ich kann nicht schiessen. Wuhu. Was für ein krasser Gans. Yeah. Komm her. Wenn das. Nein, der regeneriert sich? Was? Willst du mich verarschen? Ah. Ah, der ist fies. Komm schon, gib auf. Lass mich in Ruhe. Kann ich jetzt da dran? Nein, kann ich nicht. Nein, hör auf, dich ständig zu regenerieren. Das ist unfair. Ich kann nicht schießen, so. Mann. Vielleicht muss ich warten, vielleicht darf ich am Anfang nicht schießen. Vielleicht muss ich warten, bis er diesen Sprung macht. Bevor ich dann schieße. Oh, das ist verdammt laut. Komm schon, spring. Komm schon. Spring, du voll Idiot. Oder muss ich doch schon schießen. Komm, spring, spring. Jetzt aber. Ah, schon besser. Ah. Schon besser. Schon besser. Das sieht gut aus. Oh, oh. Er ist wütend. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Komm schon. Wow. Was für ein Agro-Kind. Nein. Wow. Das war knapp. Kannst du dich den Abend nochmal so in den Boden rammen, bitte? Das ist echt ein fieser Mongo. Komm, komm, spring. Ah, Mist. Aha. Um den Zorn zu betäuben. Okay. Und jetzt? Mist, Mist, Mist. Ich habe keine Energie mehr. Ja, ist kaputt. Er ist kaputt. Ja. Aber wir sind fast tot. Nein, was? Oh, oh. Ich glaube, wir werden verlieren. Was? Boah. Was war das denn? Wie unfair. Ich könnte ja nicht wissen, dass jetzt sowas kommt. Aber immerhin habe ich den Boss gecheckt. Das heißt, wir werden ihn jetzt ein bisschen schneller besiegen können. Also nochmal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir wissen es. Wir haben schon mal gegen ihn gekämpft. So, komm her. Komm her. Komm her. Komm, 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 komm. Du kriegst mich nicht. Bist du doof? Du bist zu doof. Au. Ah, komm, lad dich auf. Bam. Nein. Das war ein bisschen zu spät. Halalala. Du kriegst mich niemals. Bam. Das war der erste Arm. Ha. Na, komm her, du Argo Kitty. Ja, ja. Ja, ja. Zermalbe mich ruhig. Komm. Zeig's mir. Zeig, was du drauf hast. Wow. Wow, das war knapp. Boah, ist ein bisschen nah. Schön ausgewichen, Lilien. Das machst du super. Ach nein, der regeneriert sich wieder. Der Assi. Nein, Mist, weil er mich getroffen hat. Darum hat er mich nicht getroffen, dass ich nicht regenerieren kann. War auf jeden Fall mein Fehler. So, jetzt aber. Und tschüss, zweite Arm. Naja, so in etwa zumindest. So, bitteschön. Kriegt das was? Oder muss ich hier nichts kloppen? Ne. Ich hab keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Wahrscheinlich nicht. Wow. Das ist krass. Ach, jetzt muss ich. Ach, okay. Ich hab's gecheckt. Boah, aber da ist zum Beispiel echt schwer. Ah, geht doch. Was denn noch? Was macht er jetzt? Aha, okay. Yeah. Yeah. Komm her. Mega Fight. Woo. Und. Yeah. Schöne Sache. Und tschüss. Das war's für dich, Kleiner. Puh. War aber ganz schön hart. Das war jetzt echt nicht leicht. Kanal. Ach, den sieht man fast gar nicht. Ich guck mich noch schnell um. Hier ist leider eine unsichtbare Mauer. Mann, was war das denn für ein krasser Kampf. Aber cool. Der war auf jeden Fall cool. Ein bisschen laut. Ne, ich glaub hier gibt's nichts mehr, oder? Das sieht irgendwie nicht danach aus. Tja, Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir zu Bastille aufbrechen. Ich hoffe, das war der letzte. Von denen. Stellt euch vor, eine ganze Armee von denen stellt sich uns entgegen. Dann sind wir geliefert. Ich hoffe es mal nicht. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020